Hallo liebe Bürgerinnen und Bürger, wir sind hier im Büro des Parlamentspräsidenten, des Parlamentspräsidenten der deutschsprachigen Gemeinschaft, Alexander Miesen von der PFF. Er war letzte Woche noch Gemeinschaftssenator und es hat diese Woche den bereits von der Koalition zu Beginn der Legislaturperiode angekündigten Amtswechsel zum Parlamentspräsidenten gegeben. Alexander hat gewiss eine interessante Bilanz zu ziehen von seinem Amt als Gemeinschaftssenator und natürlich auch einige Ziele, die er sich gesteckt hat in seinem jetzt neu angetretenen Amt. Ja, so ist es in der Tat. Was meine Bilanz anbetrifft im Senat, ziehe ich eine durchweg positive Bilanz. In den zwei Jahren, in denen ich die Ära hatte, die deutschsprachige Gemeinschaft im Senat, also auf föderaler Ebene zu vertreten, ist es mir gelungen, eine Dossiers zum Abschluss zu bringen. Es ist ja immer eine Sache, Vorschläge einzubringen, eine völlig andere ist es dann auch, diese Vorschläge durchzusetzen. Das ist mir im Bereich der Förderung der deutschen Sprache gelungen, das ist mir auch in einigen anderen Dossiers gelungen, wie zum Beispiel das der konstitutiven Autonomie, ein sehr schwerfälliger Begriff. Es geht da um ein institutionelles Dossier und es war keineswegs selbstverständlich, dass ein liberaler Politiker auf föderaler Ebene ein solches Dossier einbringt und auch noch durchsetzt, weil es ja von der föderalen Mehrheit vorgesehen ist, dass keine institutionellen Dossiers behandelt werden sollen. Insofern bin ich ein Stück weit auch stolz darauf, dass es mir dennoch gelungen ist, hier für die deutschsprachige Gemeinschaft etwas Positives bewirkt zu haben. Was jetzt mein neues Amt antritt, angeht... Neues, altes. Neues, altes Amt, so ist es richtig. Ja, ich bin ja schon einmal in diesem Amt gewesen, ist es mir natürlich erneut eine riesen Ehre, dieses Amt auszuführen. Das ist das höchste Amt der deutschsprachigen Gemeinschaft. Und ja, das ist natürlich ein besonderer Moment, wenn man diese Verantwortung angetragen bekommt. Und ich habe mich auch sehr darüber gefreut, dass dieser Montag einstimmig im Plenum geschehen ist. Es gab ja keinen Gegenkandidaten. Insofern habe ich dann das Vertrauen des Plenums erhalten, das Amt denn auszuführen. Ich habe mir auch einige Ziele natürlich gesteckt. Das wichtigste Ziel ist natürlich, dass die Amtsgeschäfte und das Parlament so funktionieren, wie der Bürger es erwarten kann. Das ist auch mit den ein oder anderen Herausforderungen verknüpft. Aber da bin ich sehr zuversichtlich, dass wir das hinbekommen. Das habe ich ja auch in der Vergangenheit schon hinbekommen mit der entsprechenden Unterstützung von vielen Menschen, die mich umgeben. Und zum Zweiten habe ich mir aber auch ein eigenes Ziel gesetzt. Und das habe ich unter das Motto gesetzt, Demokratie neu denken. Worum geht es da konkret? Ich bin der festen Überzeugung, dass die Zeit der reinen repräsentativen Demokratie, in der die Bürger nur alle fünf oder sechs Jahre zu den Urnen gerufen werden, vorbei ist. Und ansonsten sind die Bürger in dieser Demokratie ja nur Zuschauer. Ich glaube feste, dass wir mehr Mitbestimmung und Mitverantwortung der Bürgerinnen und Bürger in der Politik brauchen. Da gibt es verschiedene Gründe zu. Einige habe ich auch in meiner Antrittsrede genannt. Da gibt es zum einen gesellschaftliche Veränderungen, die zum Beispiel durch die auf uns herankommende Digitalisierung sich ergibt. Da gibt es die große Tendenz zum Populismus, die es mittlerweile in der Politik insbesondere dann auch gibt. Da gibt es auch den Grund, dass die Welt sehr viel komplexer geworden ist. Es ist heute nicht mehr so, dass nur Regierungen und Parlamente entscheiden, sondern eine Reihe von Institutionen in Entscheidungsprozeduren eingebunden sind. Und da bin ich mir sicher, dass die Bürgerinnen und Bürger da auch mehr Mitbestimmungsrecht zwischen den Urnengängen haben sollen. Und in dieser Richtung möchte ich einige Impulse setzen im Rahmen unserer Autonomie. Das gehe ich jetzt an und darauf freue ich mich sehr. Mehr Mitspracherecht für Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger. So die Worte von Parlamentspräsident Alexander Wiesen. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank.